er kam um die ecke und hat mir gegeben obwohl man nicht mehr seinen kopf sieht ja genauso ging es mir auch mit dem ja hallo und herzlich willkommen meine freunde da ich ja meinen content für youtube tik tok social media und die streams etc alles neben der arbeit mache fehlt oft die zeit auch alles an video material zeitnah zu cutten um euch das in guter qualität hier zu präsentieren so passiert dass das natürlich auch mal einige aufnahmen auf der platte ruhen bis ich dann die zeit finde und so habe ich jetzt für euch mal wieder spannende clips aus vergangenen streams in diesem video zusammengepackt und hoffe euch damit ein wenig zu unterhalten wir starten hier mit einem du rate of customs auf dem jahre und ich eigentlich andere pläne hatten als uns direkt ins pvp zu stürzen aber das war es an dieser stelle auch wieder mit meinem gebabbel ich bin's wie immer euer gunshot danke euch fürs zuschauen und wünsche jetzt viel spaß mit dem video ich gehe mal rüber links halt beim dorms da kann man Hexenhügel mal schräg überlinsen aber was sind das für waffen willst du dorms oder bist du vorbei das ist mir relativ ich bin im rucksack dabei wir können auch dorms halt hinter uns ja schießt auf mich fleißig oh ich sehe ihn wo ist er ich bin tot direkt vor dir irgendwo hab ihn scheiße sorry ich hab ihn zu spät gesehen tatsächlich hat aber lange gewartet doch da geht was interessant Das ist interessant. Warte mal kurz. Die nähen hier noch. Der Skaff alarmiert aber ganz gut. Als allererstes den im Grenzgebiet hier hinten. Der liegt ein bisschen kacke weil man den glaube ich von dem Fenster sieht oder? War das mein Killer? Ja. Nö. So mein Dude. Ich war hier im Busch. Genau und dann war er irgendwo ein Stück dahinter. Ich bin ja hier aus dem Busch raus. Den links ja genau. Ja. Pillipilk. Komm schon. Nur noch geschossen da drüben. Die passt nicht. Okay. Dann haben wir es. Ich werde schon wieder raus gehen. Taxi. Habe ich noch genug Geld dabei? Jo. Aber ich wundere, dass das die in Dorms waren und nicht mit dem Taxi raus sind. Retail. Und Hilly. Pillkille. Hier rein stürmen tut irgendwie auch keiner. Also entweder campt hier irgendwo wer. oder? Essen steht hier. Pui. Gegenüber draußen schießt einer. Was ist Kev? Weiß ich nicht. Der ist eigentlich hier an der Tür. Er läuft auf jeden Fall. Natürlich geht hier nicht raus. Retter drüben. Hier unten liegt auch ein tunter Spieler. Junge. Du kurz meinen linken Arm wieder. Was sagt meine Armor? Okay. Woanders kommen wir hier nicht weg. Ich geh mal nach oben. Guck ob ich von oben Blick habe auf die. Boah. Er schießt immer noch auf mich. Was ein Wichser. Hier rennt irgendwer. Oh mein Gott. Was ist bei dir los? Junge. Junge. Der hing hier im Busch. Ich dachte ich hab mich verhört und es ist draußen gewesen. Alter. Und da kann man wieder froh sein, dass man eine Fünfe Armour anhatte. Ich hab ihn rein rein hören und deswegen bin ich nach unten. Aber dann gab es ein Buschgeräusch und ich hab ihn nicht mehr gesehen um die Ecke. Dass er in dem Busch unter der Treppe stand. Da hab ich nicht mit gerechnet. Wtf? Bleib doch nicht mehr. Irgendwann trifft der ne? Achso. Ja ok. Doch da ganz oben. Zum Hypersgriff. Ja mein Zeug ist sicher. Ne. Ok. Ich hab jetzt natürlich keinen Splint dabei. Nice. Ich kann ja den Arsch erstmal prüfen. Der hier unten ist. Vielleicht hat der Spacken ja was dazu dabei gehabt. Oh. Ja. Mensch. Bring mir halt Schlüssel an. Aber da muss ich ja erstmal zusehen, dass ich den Sniper da drüben. Boah ich seh kaum was durch diese scheiß Paint Scheiße. Wo ist der Typ? Da oben ne? Ja. Ne. Besoffen willst du den jetzt da oben nicht anpeilen. Ja. Den da genau auf dieser Ecke da drüben. Tot. Nicht tot. Doch. Ist noch einer. Oh. Mann. Besoffen will ich den nicht anpeilen. Ja. Ohne. Ohne Dings. Ja. Da liegt ja auch noch wer. Ja. 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 Ich hab n Grizzly dabei. Ja. 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 Du kriegst nicht noch so was auf. Ja. 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 kleiner wichser einmal seine ruhe haben hier ach so war ein spieler ok alles gut ich kann hier raus er hat eine green dabei das heißt ich kann jetzt darüber das grüne licht so schön spudnik war der am ende noch da und musste unbedingt nochmal sein können versuchen aber ich hab auch gedacht das ist ein scav player er hat sich am ende noch ein bisschen was gegönnt capybara slay selbst geslayt das hätte er anders haben können er hatte auch nichts dabei ich weiß gar nicht was er die ganze zeit gemacht hat also gelootet hat er auf jeden fall nicht viel so wir gucken mal wieder ob auf der anderen seite oder ich gucke zumindest mal ob auf der anderen seite wieder wer rumstrom hat ja ich hab einen fehler gemacht was denn? ich hab den schall hier drauf gelassen achso um die leute zu erschrecken hätte ich den schall hier unternehmen müssen ja ich bin das ist das ist Oh, oh, oh. Das ist jetzt schon Crackhaus. Bei uns hier scheint keiner zu sein. Oh, oh. Bist du? Ach, da hinten rechts. Willst du rechts rüber, oder was? Ja, es bietet sich mal an, rechts zu gucken, oder? Oh Gott, nochmal, ob hier wer rumwuselt. Oh, hier scheint keiner zu sein. Doch, das wär... Es wär im Big Red. Ja, aber der ist schon runtergelaufen, ne? Ja. Ich glaub der rennt bei dir hin. Oder? Nee. Kommt hier. Hab ihn. War aber, glaub ich, alleine. Zumindest hab ich keinen Buddy von ihm gehört. MPX. Ja, der war sich ein bisschen zu sicher, dass er alleine ist, glaub ich. es hat dann geladen. 41er Max. Oh, AP 6.3. Aber die können wir mal mitnehmen. So. Gute. Dann... Gucken wir weiter über Dorms. Mal gucken, ob Rieschi noch da ist. Ja, sind da. Glaub ich. Ja? Ja, eine Stimme war komisch grade. Aber ich glaub wir sind nicht die einzigen. Ne. Die beballern sich schon mit irgendwem. Sind die hinten oder vorne? Hinten. Ich bin vorne. Und die sind hinten. Ich steck noch kurz das eine Mac nochmal. Ich versuch mal in der Rand zu kommen. Hören tu ich ihn noch. Aktuell aber noch nicht sagen, wo genau ich ihn höre. Du hast mich hier im Blick? Ich hab dich selig da, ja. Gut. Naja, ich glaub das war Richard, der grad geschrien hat. Die anderen waren oben auf dem Berg oder was? Die anderen waren oben auf dem Berg oder was? Ja. Siehst du den Boy? Hast ihn? Ich hab Heavy Bleeding gekriegt. Ich hab zwei mal auf einen geballert, aber irgendwie... Warte mal ruhig. Fick nicht! Die alle drinnen oder was? Ja, ich hab die Boys grade. Meine Frisse. Ja, der Ding ist, lebt noch. Meine Brust ist schon wieder weg. Wenn du ihn siehst, kannst ihn töten. Falls du ihn nicht schon hast. Hier springt schon wieder wer. Ich bin jetzt grade gespürt. Ah, jetzt okay. Ich lauf hier drinnen, ja. Wo hängt der Arsch? Ich bin jetzt so wie auch grad rauszufinden. Hinterm blauen Zaun wahrscheinlich. Ich hab ihn. Ah, sehr schön. Gut, dann ist das auch erstmal geklärt. Bilder von dir. Überdauer. Bis in alle Zeit. Ich seh dich da hinten. Ich weiß schon, dass wir Dorms müssen, ne? Ja, warum? Ich seh dich da in der Mitarbeiterbrücke. Ja. Am Wegelchen. Am Trailer. Ja. Ich hör aber Sounds von uns links. Ich? Ne, ne. Okay. Du stellst auf mich. Hab ihn. Spieler. Alles, danke. Was, brauchst du das oder was? Nein. Ne. Hier guckt er seinen Arm an. Was ist mit seinem Arm los? Äh, abgequetscht oder so. Ah, das ist ein nicer Dude. Glückwunsch. Ja. Du bist jetzt auch nicht beim Bunker, ne? Titan? Ne, ich darf jetzt gerade die Sniperhalle runter und zu den Tanks vor Grafikkarte. Du kannst ja meinetwegen noch looten hier, aber ich will eigentlich nur noch raus, ey. Ach komm, du blöder... Hier hat ein Spieler gehockt, ich glaub das nicht. Hab bestimmt unter 25 Meter Kills gemacht. Mit seiner Kackmus hin. Weil er hat ja nicht mal was gelootet. Gar nix. Der muss ja die ganze Zeit da rum geschimmelt haben. Ja. Werner hin zum Container? Der ist schon offen. Bist du hier? Bei mir? Ja, ich bin bei dir. Okay. Wo ist das Laufen? Hier hinten an der Brücke bewegt sich was. Okay. Ja, oben auf der Brücke einer. Hatten Hit. Ich geh in durch Strom aus. Verweigst du dich hier gerade an der Brücke oder was? Nein. Nein. Einer down. Bleue ich mir nach links aus, wo ist der gewesen? Noch eine andere Gruppe, einer noch auf der Brücke. Hatten Hit. Wo ist der? Mit der Lok oben. Oder hinter dem Zug. Ich geh wieder hinten raus und geh rüber zu den Gleisen. Hat's ihn? Achtung, eine Nade zum Zug. Ja, bin ich. Ich lauf da hin. Das gibt's nicht. Übel auf den Kopf geschossen. Der ist hinten drunter. Tanksteinseite. Ist er runter gesprungen? Ja. Der müsste aber low sein. Du kannst pushen. Ich hab ihm übel den Kopf weggeballert. Der hat richtig mit dem Herrn gefressen. Ich bin oben auf der Brücke. Jetzt rechts müsste er sein. Direkt an der Kante war er. Nicht gesehen? Okay, dann zieh dich lieber zurück. Ich hör auch nichts wegen dem scheiß Flugzeug. Siehst du ihn noch? Nee. Da war er. Wo ist er? Hinterm Sandsack. Bei LKW. Oh. Von der Seite schießt er auf mich. Rechts, rechts an der... Ja, an den Sandsack. Da ist auch noch einer. Ach, come on. Echt? Ja, das ist der, der rau hinten nach der Verschnappe. Hast du den hinterm LKW? Nee, nee. Ich hab ihn angehittet. Aber ich glaub er ist nicht umgefallen. Ich hör grad nichts. Du musst aufpassen an der Stelle Diablo. Wenn der hier über die Wand rüber guckt, von außen. Oder war der innen an der Wand? Ich weiß es nicht. Ich hab nur von der Seite kassiert. Okay. Ich hab keine Ahnung mehr. Ich hab keine Ahnung mehr. Okay. Ich glaub ich hör ihn hinter der Wand hier. Ja. Er steht hier hinterm Container. Hinterm Container hinter dem roten oder rechts an der Wand da? Ja. Da, ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn gesehen. Er hat mich auch gesehen. Ja, ja. Er ist direkt an der Wand. Gleich wenn du guckst, rechts war er an der Wand. Ach er ist... Er ist innen drin oder aus? Ja, innen drin. An deiner... Der Hang... Er tänzelt an deiner Wand lang. Die rechts von dir ist gleich, wenn du nach vorne gehst. Ja. Aber wir wissen halt nicht, was mit dem anderen Dude ist. Ja, genau. Die Wand hab ich gemeint. Der war doch die ganze Zeit wahrscheinlich. Da vorne ist er. Der Dude ist noch hinterm Seinsack. Ja, ja. Gesehen. Aber der ist jetzt gerade in Deckung gegangen. Ja. Er verrät halt unsere Posi. Ja. Ja, hä? Er kam um die Ecke und hat mir gegeben, obwohl man nicht mehr seinen Kopf sieht. Hä? Ja. Genauso ging's mir auch mit dem. Das war eigenartig gerade. Ich... Der hat... Also am... Ich hab die ersten zwei Schuss gerade in die Brust gedrückt. Okay. Aber danach... Die gingen gerade alle in den Schädel. Egal. Auf jeden Fall war das sehr suspekt, dass der nicht umgefallen ist. Du willst ihn angeschossen haben. Diablo hat gerade mit ihm geschossen. Und ich hab dann auch noch. Und der tankt einfach alles weg. Also... So. Ich wünsch uns viel Spaß. Jo. Fuck. Okay. Ich will kurz warten oder... Ich wills rasieren. Einer rennt außen lang. Kommt. Kommt noch einer. Kommt der hier durch die Tür oder was? Oder schmeißt der nur Granaten? Weiß ich nicht. Ich muss mich verbinden. Ja. Machen. Vielleicht ich lock ihn mal. Warte. Ich hol mal eben meinen Arm. Ja. Wir müssen sowieso erstmal die Richtung den Brief holen. Und das läuft hier rechts? Ja. Triff doch einfach Junge. Hab ihn. Sorry ich wusste nicht ob du das schaffst wegen Nachladen. Deswegen hab ich kurz gedacht ich spring eben hoch. Ja. So jetzt... Maximal drei sein, ne? Maschine! Seid ihr blöd oder was? Voll die Tür. Aber danke danke für das Lob. Das brauche ich heute. So um die Türen zu machen, wa? Das glaube ich abgehauen jeder zweite Tür. Okay. Ja. Gehen wir mal langsam zum Brief hin, wa? Ja warte bitte auf mich. Er hatte mit der MP5 ein bisschen was vor. Doch ein Fully oder? Ne. Fully nicht. MP5 ist ne. Oh was war mit meinem Dude hier noch? Mit dem anderen Dude? Was hat er dabei gehabt? Level 12. Augmentin. Ach, er ist nur mit der Pistol, deswegen sind wahrscheinlich auch die ganzen Scaps erst am Anfang auf ihn. Welchen Ausgang brauchst du denn noch? Ich glaube hinten wo wir waren, den Hauptausgang. Okay. Direkt brauchen wir Scaps. Ja, direkt jetzt. Ah, noch mehr. Den Ausgang hier hast du schon, ja? Jaja. Alter. Hab ihn. Ich muss mich mal hier runter, ich muss mich mal ein bisschen... Ist er tot? Nein. Fuck, hast du mich erschreckt, oder? Oh, schmeiß dir Painkiller. Alter. Das geht ja gar nicht. Du hast schon wieder keinen dabei, Alter. Ich hab mich gefragt, was ich vergessen hab. Ja. Er liegt direkt über uns. Mhm. Der wird uns nicht heilen, oder was? Jetzt kommt er. Ja. Hast du's? Ja, ich hab ihn. Ne, ich meine, du lebst noch. Okay. Jetzt muss ich mich aber erstmal wieder ein bisschen hochheilen. Ja. Mach ihn bevor du... Scaf Player hast, dann können sie uns noch kommen gleich. Oh, sieh zu jetzt. Wenn Taschenlampe an deiner kacken Schrotze ist noch mal. So. Letzten Ausgang. So. So. Richtung irgendein Exit auf der anderen Seite. Outskorts müssen wir auf jeden Fall nicht. Wir müssen North an, oder UN Roadblock. Ah, ich hab kein Geld mitgenommen wieder. Wie auch nicht. Ah, gut. Ich hab kein Geld mitgenommen wieder. Wie auch nicht. Ah, gut. Geht ihr da Richtung, äh... Holzlager? Da bist du die machen oder nicht? Ich... Ich geh... Hinten. Ich geh auf jeden Fall nicht Richtung Holzlager. Ich glaub links zum nächsten Feld. Zum Feld. Vor uns waren auch, äh... Schüsse gerade. Ja, ne? Ja, das sind Spieler da an dem. Die haben sich da gerade gegenseitig abhiebballert, ne? Ja, ich glaub die Spieler haben sich mit Scaps geballert. Da vorne waren auch welche. Ich geh direkt vor uns. Ich bin links von euch. Seht ihr den Ball? Ich versuch den mal. Ich genieße das Spiel im Stream, aber selber bekomm ich schnell Verlattulenzen, wenn ich im Spiel bin, du Batzen. Das ist ganz normal. Wie lange spielst du das denn schon? Gar nicht, du hast doch gehört. Da kriegst du immer Scheiße rein, weil... Warum? Vielleicht steht der Rechner aufm Klo. Spieler down. Immer nur mal wieder, kaum Zeit zum Zocken. Naja. Das ist halt so ein Ding, ne? Dann dauert es halt auch eine Weile. Je öfter du dir das gibst und dich damit auseinandersetzt, desto weniger schlimm ist es denn, wenn du tatsächlich im Raid bist. Jetzt auch nur Bier und Essen und vorm Stream chillen. Das klingt doch auf jeden Fall mal nach einer Maßnahme hier. Das klingt doch mal nach einer Maßnahme hier. Das klingt doch mal nach einer Maßnahme. Was ist das mit... Was ist das mit Durchfall? Du hast mit einer Shotgun probiert dabei. Oh, Level 1. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Bitte quitte nicht. Das ist ein gutes Spiel. Für dich vielleicht nicht mehr, aber... Okay, pass auf. Leute, ich renne links lang. Okay? Jesus lieb dich. Ich hopp ungern hier so lange auf einer Position gerade. Ich werde jetzt aber wahrscheinlich gleich sterben, weil die Leute die Schüsse gehört haben und jetzt in die Richtung kommen hier. Du läufst links weiter, dann komme ich mit zu dir. Jetzt muss ich mich jetzt orientieren, wo bist du denn hingerannt? Kurz weg, Nachschub holen. Alles klar, Batzen. Ich bin beim vorderen Felsen links am Weg. Also der Weg schon links bei den Strommasten. Bei der Seegemüde der Felsen oder was? Nee, ganz links. Ganz links bei der Straße. Da, wo wir vorhin... Die große Runde, wenn du so willst. Ja, dann warte dich dann nach. Richtung USAC Camp. Ja. Okay. Ich hab das Gefühl, wir haben uns schon so weit voneinander entfernt, dass der Nächste und der Nächsten übern Haufen ballert. Nee, vor uns ist was? Ja, das ist ein Gegner. Schießt du auf mich? Nee. Ich hab ihn tot. Hier schießt du aber noch irgendwo anders. Und da ist noch mal einer. Bist du tot? Ja. Ach so. Deswegen sag ich ja, wir haben uns viel zu weit entfernt. Ich wusste nicht mehr, wo wer ist. Ich werd beschossen. Na klar krieg ich nen Jam, Alter. Ja, Schüsse. Boah. Ich... Ich renne schon in deine Richtung, aber ich weiß halt nicht. Okay. Ich bin tot. Du hast es noch, was? Ja. muss natürlich umgefallen oder bist du das da seine ump war leer sonst hätte er mich vielleicht geschafft warum sind da hinten so viele schüsse was er das ist es wieder nicht vor zehn sekunden zu spät weil ich erst ein bisschen falsch gelaufen bin ja bei dir sowieso da habe ich das nicht mit schießt er auf mich der schießt auf mich alter dann kommen wir zum gyroskop das ist jetzt in dem auf dem suv oben drauf springen und dann bin ich eben gestorben bin genau so 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 dann kommen wir weg null was was stürmen glaube ja du bist in der oberen halle ne ja einer der rennt mitten auf der straße der der eine scavy boy wenn du zu mir rennst rechts von dir dann da der andere rennt jetzt zu ihm hin wir können auch das normale scavs sein einfach nur mehrere greift noch jemand die initiative oder also einer ist bei dem orangenen tanker der äh quatsch laster der in der mitte steht aber ich finde den anderen nicht ich müsste auch mal kurz stacken ok den habe ich ok dann stack ich mal eben schnell einer ist hier bei der nächsten halle er kommt glaube ich ich bin bei dir echt bei dir ich schritte oh hat mich one shot hat mich die sau da oben rennt ein scav auf dem berg ist das jetzt wer ist das gewesen ja das ist scav ist sturm ist sturm ist sturm ist das hier ein grad ja es ist sturm manchmal frage ich mich ob du zuhörst ja keine ahnung hier ist ein spieler geht in die hütte rein hier geht in die hütte rein hier geht in die hütte rein hier ich hab sturm also noch gab es da ne möglich ich werde doch nicht los jetzt oder was der typ tue er labert mit mir Und was sagt er? Weiß ich nicht, hey man Schau hier keinem mehr über den Weg Ich würde halt gerne Meinen scheiß Item holen Alter Mit was schießt der da hinten Ich glaub mein Gyroskop kann ich vergessen, Alter Das glaub ich auch Ach, ich will hier nicht nochmal her Hast den ja, ne? Ja Nice Aber ich glaub die Da ist noch ein zweiter, der snipet Naja, ich hör den auch snipen Ich weiß bloß nicht, wo der sitzt Da oben am Stein sitzt er Der Wurensohn Wurmstein Wurmstein Gegenüber da, bevor du runter rennen kannst Da ist das oben so'n Schmeinstein und da saß er grade drauf Wo du rüber rennen kannst, relativ mittig oder was? Guck doch mal bitte Bisschen weiter nach rechts Ja, da so Ne, das ist zu weit Ich glaub das Dach ist dazwischen Guck da, ich seh ihn Ja, 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 da weiter rechts ist er Ja, genau Ich glaub ich hab ihn getroffen auf jeden Fall Ich weiß nicht, ob er tot ist, ey Aber er hat meine Position glaub ich Und alle anderen auch Ja So, nach hinten weg müsstest du können Mich hat keiner beschossen Lass einfach Dings, den zweiten Teil holen wir gleich Du musst ja gucken, wo wir raus müssen, oder? Nein, hinten, wo sind wir ja eben schon gewesen Guckst'n hinten Ausgehörte, oder? Ja, ja, Ausgehörte Ich denke mal, dass Stürme die angelockt hat Brauchte man den Schlüssel für irgendeine Quest irgendwann mal die Stürme, ne? Eeeeeee Ja, ne? Jaaa Ganz spät, irgendwie Gut, dann hab ich ihn jetzt Du musstest ihn eh, du musstest ihn eh sowieso Na ja, muss ich ihn doch mal töten, ne Ich will nur mein Gyroskop, mehr will ich gar nicht Wieder kriegen Hier hat noch einer eine Flare gezündet Ne, das ist keine Flare Was schießt der denn? Oh, come on, Alter Was ist kein Herz? Na ja, das ist keine Flare Das ist kein Herz, aber gerade Mit Untertiteln Husband Da 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 Das war's schon. Jetzt könnt ihr looten, könnt ihr alles machen was ihr wollt. Jetzt müssen wir aber nur noch raus hier. Muss ich alles, aber das mache ich nach der Bohne, die Bohne kam vorher. Hehehehe. Den USEC, ja. Hä? Das war Sturmann, der auf mich zukam. Hehehehe. Hehehehe. Den hast du erschossen? Ich habe nochmal Sturmann getötet. Hehehehe. Und nicht gelootet. Oh no way. Der ist sofort umgefallen. Der ist ja sofort umgefallen. Ich wollte nichts sagen im Mittelfall. Mann bist du blöd. Du sollst auch immer deinen Verstand benutzen. Da freut sich jemand. Shit. wie geht's geschwille? Oh прям. Du sollst auch immer alles zusammen wochen. Jungen, wir wollen... putting in Schwierigkeiten vor können. Td ist ja einfachency. Du sollst überhaupt periode. Du sollst xD und sagst Exactlyеб rozm stp ein wenig Zeit Multiford. Du sollst außerhalb Hey! Da ist ja im Bett